bist du deutsch Paul? vielleicht kann sogar fliegen gut und das ist eine schöne Anmod oder? ah ja bist du bereit? ich kann das nochmal ausprobieren seine mutter ist schwul Paul ist klatschopp fake einmal an du hast keine Zeit mehr Paul wo ist die scheiß Bombe? du musst jetzt gedrückt halten ok jetzt schaffst du es nicht mehr ja egal ich kann fliegen und das ist richtig damit die auch ein bisschen Spaß am Spiel haben ich kauf ne CZ und du solltest beim laufen saufen das kannst du dann mit USPS äh nee da gibt's nur eine neue Technik wow was sind das denn für welche ach mach da recht 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 sehr sehr gut ihre die nimmt das was ich mir letzte ähm letztes Spiel nicht leisten konnte kann ich mir jetzt leisten Sautonniper dann mach jetzt aber auch bitte den Ace-Klatsch ja jetzt muss ich mich what the fuck links auf dem Einstein Einstein sehr schön und der ist um ich bin gerade auf der Treppe gesäßt du hast keine Zeit mehr ach egal aber das war abgegeben du hättest nicht am Anfang dann sneakt im Scope gehen dürfen ja 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 das war schon lange nicht mehr warum stehe ja das war schon lange nicht mehr du hättest ach so alter nicht alter sondern alter Junge die Typen sind nicht mhm egal das ist ein Ferro-Inhalten-Map ne eigentlich ist es eine CT-Map wir drehen und wenden das ist immer so wie wir gerade Lust haben du hast recht das ist ne T-Map ähm geh mal rechts rum geh mal rechts rum Junge die haben so 71 Junge die haben so was von an what the fuck oben auf dem Dach der Typ hat ja noch seine Auto-Sniper dann müsste ich den Eurek-Snipern ah hat geklappt der andere hat aber glaub ich die Auto-Sniper ich hab hier gerade einen aber der ist echt unverdächtig irgendwie dafür gelaufen links neben Bagger irgendwo links weiter Junge der hat so an ne niemand würde in der Position in der Situation flashen wenn er nicht an hat niemand flasht in so einer Situation wenn er nicht weiß wo dein Gegner ist links 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 irgendwo links einer ich auch eben okay, wir müssen uns flossen , einem Paul lässt jetzt ab sofort nur noch so Negev und so eine Scheiße spielen. Beide bei mir oben. 73 beide oben. 73 und 89. Schön, da hat er 11 HP. Keine Eier mehr. Keine Eier mehr. Ach nie, doch noch nie. Hast du die mal spielen sehen? Okay, hast du aber recht. Ich bin fullflashed. Oben. Schön. Alright, we're alive. Thank you. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt.